Hallo, ich bin Verena Ries und das ist Quartett Plus Eins und gemeinsam sind wir dieses Jahr nominiert für den Jungen Ohrenpreis 2014 in der Kategorie Labor. Ja, was wollen wir tun? Unser Projekt heißt die beste Beerdigung der Welt und wir wollen gemeinsam mit der Musik und den Zuschauern das beste Ritual entwickeln für Beerdigungen, um sich mit dem Tod auseinanderzusetzen und da in diesem Verlauf stellen wir uns diverse Fragen wie zum Beispiel, warum heißt Sterben eigentlich auch Einschlafen und träumt man dann? Oder wie hört es sich an, wenn wir zur Erde werden? Ja, diese Fragen und noch viel mehr stellen wir uns und suchen nach dem ultimativen Ritual Hybrid mit Musik und Zuschauern und ja, wir wollen es dann immer und ewig wiederholen. Dankeschön. Vielen Dank.